Ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder da seid zur HiFi Setup Tours Folge Nummer 15 und wir starten auch direkt rein. Das erste Setup hat mir Tobias geschickt im Auftrag seines Vaters Jürgen. Also wir sehen hier Jürgens Setup, wir schauen mal gemeinsam rein. Ja, auf den ersten Blick ansprechend. Also moderner Raum von den Farben her, eine schöne Kombination von den modernen und den Holzlautsprechern und auch das Rack mit dem Holz steht schön im Kontrast, gefällt mir auf den ersten Anblick richtig gut. Die Lautsprecher, die wir hier sehen, das sind Proac D20R mit Bändchenhochtöner. Ja, das sieht man da. Wirklich ein schicker, schlanker Standlautsprecher hier. Hatten wir noch nicht so einen. Finde ich mal wieder mega interessant. Übrigens, ganz, ganz tolle Bilder habt ihr da geschickt. Danke. Das Ganze wird betrieben von einer Zakaridis Alexander Vorstufe und Zakaridis Artemis Endstufenkombination. Ja, ich habe das schon mal gehört, Zakaridis. Und ich glaube, das war bei Dimi mal auf dem Kanal. Das ist, glaube ich, ein griechischer Hersteller. Die Vorstufe hat einen Röhren-Phono-Vorverstärker an Bord. So schreibt er es mal. Damit das klanglich fehlerfrei ankommt, rasen die Signale ungehindert durch ein Plec-Rhodium-Tango-B-Wire-Kabel. Ah ja, also er redet hier von seinen Lautsprecherkabeln. Als CD-Player sehen wir hier den Yamaha SACD S1000. Und sein Plattenspieler, das ist der Project Experience Classic mit Project Evolution 10 CC Tonarm. Hat einen VM760 SLC drauf von Audio Technica. Ebenfalls reinigt er seinen Strom mit Isotec Sirius-Leiste. Was wir ebenfalls noch in dem Rack sehen, das ist ein Marantz-Tuner aus dem Jahre 1976. Ja, das ist mir direkt ins Auge gefallen. Sieht man mal. Ist irgendwie ein Vintage-Gerät und passt optisch irgendwie trotzdem total zu dem Rest. Das Rack, das wir hier sehen, ist übrigens DIY. Do-it-yourself. Das hat er selbst gebaut. Habe ich mir schon gedacht. Ist aber toll geworden, wie ich finde. Falls er mal seine Ruhe haben möchte oder nicht gestört werden will, dann hört er mit den Kopfhörern Haifiman HE400 über einen EF5-Röhrenverstärker. Ja, toll. Wie gesagt, nochmal echt klasse Bilder. Wieder ganz ansprechendes und mal wieder individuelles Setup. Vielen Dank Jürgen und auch Tobias fürs Senden der Bilder. Das nächste Setup für heute kommt von Andreas. Und auch hier geht es ganz toll weiter. Er schreibt übrigens, ich finde deinen Kanal super. Dachte lange, ich wäre der einzige Spinner. Das ist gut. Er schreibt, nach über 40 Jahren testen Irrungen und Wirrungen höre ich nun endlich seit 5 Jahren glücklich Musik. Das Ziel, keine Lautsprecher zu hören, ist erreicht. Deshalb wollte ich mal mein endgültiges Setup vorstellen. Ja, sehr gut. Das hört sich gut an. Wir schauen mal zusammen rein. Und ihr seht, was uns hier erwartet. Ist ein Knaller, würde ich sagen, auf den ersten Blick. Rundum mega. Es handelt sich hier um Gamut-Lautsprecher RS7i. Absolut wieder mal was Neues für mich. Ebenfalls Vorverstärker D3i vom gleichen Hersteller. Auch die Mono-Endstufen M250i kommen von Gamut. Und interessanterweise auch der Sessel. Er schreibt, Gamut Sessel Lobster Chair. Kann natürlich auch sein, dass man es Gamut T oder Gamut T ausspricht. Leider gibt es die Firma nicht mehr. Plattenspieler haben wir in MP Mephisto mit Rigid Flow Tonarm und Cadenza Plex System. Ja, das Cadenza Plex System, das kennen wir ja. Der Plattenspieler, Wahnsinn. Also auch wieder ein mega interessantes Gerät. Unfassbar dickes Laufwerk und auch dicker Plattenteller. Massives Gerät. Hammer. Als Phonoverstärker nutzt der ROXA Caspian DX2. Und auch ein CD-Laufwerk hat er noch. CCTL5 und Wandler Audiomat Maestro 3. Verkabelt ist das alles mit WSS Premium Line und WSS Platin Line Hybrid Powercube. Fantastisch. Mir gefällt das auch. Muss ich sagen, dieser Sessel muss ich jetzt nochmal erwähnen. Den finde ich ja absolut spitze. Ich finde das so eine futuristische Neuinterpretation. Von dem klassischen Vitra Air Miss Launch Chair so ein bisschen. Also diese Weiterführung davon würde ich fast sagen. Ich habe das noch nie gesehen. Und finde den absolut irre. Ja, das ganze Setup wirkt für mich wie aus einem Guss. Interessant, dass du da mehr oder weniger alles, also zum großen Teil von einem Hersteller hast. Aber das scheint dann für dich ja das Richtige zu sein, wenn du da angekommen bist. Wahnsinn. Wieder mal ein Setup, das ich gerne hören würde. Vielen Dank für deine Einsendung, Andreas. Ja, und bevor wir zu dem nächsten Setup kommen, wollte ich nochmal darauf hinweisen. Wenn ihr auch Lust habt, hier mitzumachen bei den HiFi Setup Tours, dann schickt mir doch bitte eine Mail an info at soundingrooves.de mit ein paar schönen Bildern von eurem Setup und einer kurzen Auflistung der Geräte. Und außerdem, wenn euch das Thema HiFi, Vinyl, Schallplatten oder Musik allgemein interessiert, seid doch bitte so nett. Lasst mir ein Abo da, vielleicht ein Like, einen Kommentar. Hier gibt es noch mehr. Das nächste Setup kommt von Sascha. Sascha schreibt, erstmal Glückwunsch zum erfolgreichen Kanal, immer wieder ein Genuss. Ja, super, vielen Dank, das freut mich sehr. Geht runter wie Öl und solche Kommentare oder Nachrichten motivieren mich natürlich immer wieder. Auch hier geht es genauso toll weiter für meinen Geschmack. Wir sehen einen Dr. Feigert Volare mit dem Jelko TS350DF Tonarm und einem Denon DL110 Tonabnehmer. Der kleinste aus der Dr. Feigert Schmiede, nenne ich es jetzt mal, auch ein ganz feiner Dreher. Kommt etwas schlanker daher wie die größeren Brüder und Schwestern. Ein tolles Gerät, auch der Denon DL110 freut sich hoher Beliebtheit und ich kenne einige, die den haben. Gefällt mir. Als Phono Pre ist ein Music Fidelity MX Vinyl im Einsatz. Als Verstärker hat er den AudioLab 6000A, den hatten wir auch schon ein, zwei Mal. Bewährtes Gerät. CD-Transport AudioLab 6000CDT. Als Lautsprecher sehen wir die schicken Sonus Farber Sonetto 3, verkabelt mit in Akustik. Die Lautsprecher finde ich ganz toll von der Holzoptik her. Ihr wisst ja, ich stehe da drauf. Gefallen mir natürlich jetzt direkt auf dem Bild ohne Abdeckung vorne deutlich besser. Diese Kombination aus Holz, Edelstahl gebürstet und den schwarzen Membranen, toll. Sein Strom läuft über den Dynavox X7000. Ja, gefällt mir. Auch das Rack da, ich sehe es gerade, ist von Empire. Wie vermutet ist, glaube ich, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis vorhanden bei denen. Und gefällt mir richtig gut. Auch von der Art des Racks her, das brauche ich auch nochmal. Demnächst habe ich schon mehrfach erwähnt, ich mag das eher breit und flach, das Rack. Sehr schick. Vielen Dank, Sascha. Als nächstes kommt das Setup von Ralf. Wir schauen mal gemeinsam rein. Ja, und hier sehen wir erstmal viel Tonträger. Schallplatten-CD und mal wieder hier ein Video von mir auf dem Fernseher. Danke dafür. Wir sehen in seinem Setup den Plattenspieler Rega Planer 2 mit dem Audio-Techniker ATVM95SH-MM-Tonabnehmer mit Chibata-Schiff. Den Audio-Techniker-Tonarm Safety Razer AT6006R. Rega mit seinen Planermodellen auch verbreitet und solide. Finde ich in dem Preissegment top. Er betreibt den Vollverstärker, den Rega LXR. Wir sehen einen Blu-ray-Player, Harman Kardon BDT30. Und zum Streaming benutzt er das Apple TV Full HD. Lautsprecher. Das sind die Fein oder Füne Audio F502. 2,5-Wegesystem, Koaxialtreiber, Doppeltieftöner 200 mm, Wirkungsgrad 91 dB, Frequenzband 30 Hz bis 34 kHz, schreibt er. Auch den Lautsprecherhersteller hatten wir, glaube ich, noch nicht. Sehen auf jeden Fall sehr interessant aus von der Machart her, wo da in der Membran nochmal der Hochtöner eingelassen ist. Als Subwoofer hat er noch laufen, ebenfalls vom gleichen Hersteller, Fine Audio F3-12 mit dem 300 mm Tieftöner. Netzfilter ebenfalls im Einsatz von Dynavox X4100. Seine Verkabelung ist Straight Wire, unter anderem Soundstage LS B-Wiring für den Lautsprecher. Sein Regalsystem übrigens eine Maß anfertigen von Pickerwood. Zum Hersteller der Lautsprecher schreibt er noch, Der Subwoofer gehört zur Sorte Abrissbirne, die man im Prinzip nicht hört, sondern fühlt. Ja, das klingt doch erstmal nicht schlecht, muss ich sagen. Übrigens hat er mir im Nachgang nochmal geschrieben, schaut mal, er hat seinen Tonabnehmer abgegradet oder getauscht. Er hat inzwischen den Rega exakt drauf. Er schreibt, zum zeitweilig analytischen Audio-Techniker gesellt sich jetzt etwas mehr Wärme des Rega, ohne auf die Detailtreue zu verzichten. Ja, okay. So kann man eben mit dem Ändern seines Tonabnehmers den Klang beeinflussen in eine Richtung, die man gerne möchte. Danke, Ralf. Als letztes für heute, wie ich finde, komponentenmäßig auf jeden Fall ein Highlight. Wir schauen mal zusammen rein. Was wir hier sehen, ist erstmal viel Röhre, würde ich sagen. Wir starten bei den Lautsprecher. Das sind Folded Buffel mit Atelier Rullet Super Ario 8 Breitbändern mit Elektromagneten mit separatem Netzteil. Also, das müssen wir uns jetzt mal hier anschauen. Also, habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Das sieht fast aus wie ein... Also, das sieht nach Vintage aus auf jeden Fall. Da hätte mich jetzt noch mal mehr drüber interessiert, aber werde ich mich mal informieren, googeln. Du kannst auch gerne unten mal in die Kommentare noch was zu diesen Lautsprechern schreiben. Finde ich sehr interessant. Mega spannend, falls jemand anderes sich damit auskennt, auch gerne mal reinschreiben. Der Plattenspieler. Massellaufwerk auf Basis des Lenko L75 mit modifizierten Carayham 1.5T Tonarm. Tonabnehmer ist ein MI-System der ADC-QLM30-3. Ja, irre. Also, auf Basis heißt für mich immer irgendwie, da wurde selbst was dran gemacht. Ich vermute mal, ja, dass das Laufwerk hier, was wir in Holz sehen, irgendwie nachträglich gemacht wurde und der Dreher dann da eingelassen wurde. Meine Vermutung. Wirklich optisch ein ganz, ganz edles Teil. Toll. Phono-Vorstufe ist eine LCR-Vorstufe, induktive Entzerrung mit D3A-Röhren mit separatem Netzteil. Er schreibt, Line Stage ist eine DHT-Line Stage mit zwei Stück UX210-Röhren, Baujahr 1920, Wahnsinn, mit induktiver Lautstärkeregelung und separatem Netzteil. Endstufen sind 2,5 Watt Monoblöcke mit C30 oder C3O, weiß nicht, genau, Treiberröhren und Emission Labs 20B-Entröhren. Leute, also ich sag's euch ja, wir sehen hier viele Röhren. Also, das ist ja mal was ganz exotisch und Besonderes. Das sieht aber auch alles aus, ich sag mal, wie geleckt. Alles wie neu aus, das ist echt so ein Setup, da müsste man persönlich vor Ort ein Interview führen, um die Hintergründe und die ganzen Facts darüber mal zu klären. Absolut spannend. Als CD-Player ein Audio-Lab. Und ebenfalls hat er einen Netzwerk-Player, der Intel i7-PC, der alle Daten in DSD-256 umwandelt und per USB an einen Wandler mit FIR-Filter weitergibt. Würde mich freuen, wenn du meine Anlage vorstellen könntest. Ja, selbstverständlich. Also, vor allem, wenn es so etwas Besonderes ist, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, denn ich kann über nix hier ein Urteil fällen, wenn mir das alles so gut wie total unbekannt ist. Aber das ist ja das Spannende daran. Ich finde es toll, dass du das geschickt hast. Mal wieder was Neues gesehen. Es gibt mal wieder was Neues zu erforschen, nachzulesen. Absolute Spitze. Vielen Dank fürs Einsenden, Anton. Ja, das war wohl für dieses Jahr die letzte Folge Hi-Vis-Adaptors. Aber es geht natürlich nächstes Jahr genauso weiter. Und schon mal ein kleiner Teaser. Es wird nächstes Jahr noch deutlich mehr hier auf dem Kanal hier geben. Ich halte euch auf dem Laufenden. Schaut noch ein paar alte Videos für mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann, dann.